Das hätten sie einfacher machen müssen. Ja, wir kriegen das heute irgendwie noch hin. Mit der rechten Hand und die linke Hand nur das Feuern. Nick, du bist schon online im Multiplayer? Der sagt gar nichts. Nein, ich starte gerade. Gut. Das ist gut. Dann, wenn Chris gleich geht, dann müssen wir neu positionieren und zu einem Oste-Tain-Helie machen. Und Matti muss mit reingehen. Oder was auch immer. So läuft das und nicht anders. So läuft das. Ich bin fast down gewesen. Ach, da unten klebt er, der mich die ganze Zeit trifft. So. Ich hole mir das Energiepack, ja? So, der ist tot. Kannst... Geh du sammeln. Boom. Schnappst du dir gleich die Schutz-Weske? Ich brauche ja gar nicht mehr drunter kommen, ne? Ich bleib dann hier oben stehen. Hier fehlt echt Optifine, so wie bei Minecraft. Hältst du dich zurück jetzt, dass ich wieder Minigun schießen kann? Das du zumindest voll ausgerüstet bist, wenn wir da rausfahren. Nächstes Mal nehmen wir wieder so einen LAPD-Wagen da. Ja. So, Minigun. Ich brauche dich nicht dahinter die Hitte hinlegen, du Scheiß-Watt-Typ. So, hinter der Hütte ist noch einer. So. Sniper für den da oben. Wo ist das schon weg? Ist schon weg. Hast du den da runter geholt? Nö. So, sagen wir dir noch bisschen Munition, würde ich sagen. Ja, ich stehe nach zwei, das ist das Problem. Ja, die schnappe ich mir gleich. Ja, die schnappe ich mir gleich. Da hab ich mir den Bogen erst raus mit den anderen hier. So, der ist down. So, kannste Schutzweste nehmen. So, jetzt laufen sie gerade alles, schön, das ist schön. Kann ich immer schön draufladen. Braucht gar nicht so weit nach vorne kommen, ihr Scheiß. Wow, das ist ein Garstang. Hast du das gehört? Ja, habe ich gehört. Alter. Das war ein fetter Arschschutz fast. Aber Schutzweste ist noch da. Ah, das ist gut. Wow, Alter, der hat nämlich fast so richtig viel Dreck. So. Ach, da oben ist noch wer. So, waren das jetzt alle? Ne. Eine runter kommt noch. Das blöde ist, die spawnen auch direkt einem vor euch. Vor uns, ne? Ja. Alter, ich bin fast down, Alter, boah. Kann nicht mehr viel machen, Ackle. Was war das gerade? Ach so, das war Gebiet, die Überklärung. Ja. So, wieder grünes Leben. Wo sind die? Ich seh sie nicht. Da ist einer. Da liegen noch welche am Boden. Ja. Da lagen welche. Also mit mir wäre das echt gefährlich. Jetzt, ne? Gibt es hier nicht noch ein Medi-Pack oder sowas? Ich gucke gerade mal. So, ich muss die Kälte abholen. Ja, so kommt sie mir mit. Oh, ich liege noch Bargeld. Zack, eingesackt. Gucke mal kurz oben, ob da noch Medi-Klick liegt. Hier liegt leider gar nichts. Schade eigentlich. Können sie mal ruhig machen können. Gut, ich komme dann wieder runter. Ich räume erstmal von hier draußen auf. Mit Minigun. Dann haben wir die Sport-Einheiten draußen nicht. Wenn ich schon mal hier oben auf dem Dach bin. So, aufgeräumt. Vor der Tür ist definitiv aufgeräumt. Alter. Was denn? Boah. Fährst du? Ja. Ja, steig ihn mal ein. Mach die Tür mal zu hier, Kollege. So. Machst du mir nach? Ja, ich mach dir ein Navi. Jupp, alles klar. Ich bin über euch, Jun. Ja, wunderbar. Geht die Tür auf, sagst du? Ja. Ja. So, Fahrer von SWAT-Team ist tot. Vor dem Car-Officer auch. Oh, ich hab halbe Schutzwässer wiederbekommen. So. So. Ja, voll sogar geil. So, Matti, bist du noch ein Landanflug? Ja, sauber. Ich fahr in den Hangar rein. Ja. Oder soll ich gleich zum Matti? Fahr gleich zum Matti. Fahr gleich zum Matti. Wir brauchen ja nur abgehen. Weiter, 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 weiter. Matti ist hinten. Ah, das kann ich nicht drehen, ja? So, ein Heli ist weg, zweiter auch. Ich stehe drüben auf der anderen, ne? Ja. Sascha, genau, so durchbrettern, aber nicht auf uns. So, alle rein, alle rein, alle rein, alle rein. Rein da, rein da. Ey, Typ, komm. So, rein da. Matti, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Was? Der Typ, der Typ, der Typ. Ja, gib Gas, gib Gas. Matti, 5, 5, 5, Schnauze hoch, Schnauze hoch. Ja, sauber. Sauber hoch. Flieg. Flieg. Nicht zu hoch, nicht zu hoch, nicht zu hoch. Sascha, kümmere dich um die Helikopters, aber nicht auf uns. Sauber. Wir können nicht schießen, ne? Das ist das Problem. Ja. Matti, höher. Ich kann auch nicht zum Schutz, ich glaube, ich kann euch, ich kann euch, ich selbst für dich, ich habe Angst, dass ich euch treffe. Alles gut, alles gut, Sascha, alles gut. Du musst uns nämlich nachher mal abholen, das ist wichtig. Ohr, in Deckung. Hatte keiner... Matti, ein Tick höher, lass die Schnauze höher fliegen. Alter, was schießt uns denn hier ab? Kann keiner von uns eine Waffe ziehen, oder was? Nein, können wir nicht. Sascha, du musst uns den Heli vom Arsch schaffen. Versuch das irgendwie. Pass auf. Nur noch dieser eine Heli. Weiß, wie schwer das ist. Matti, geh mal ein bisschen in den Sinkflug und danach wieder gleich in hoch, dass du hochkommst. Bisschen Geschwindigkeit kriegst. Aber nicht über den Windränder. Der... Genau, von hinten. Aber nicht zu... Matti, pieg mal nach rechts ab, dass Sascha Freibahn hat zum Schießen. Ich komm erst... Es muss erst mal hinterher kommen. Ja, du hast die Schnellermaschine, definitiv. Matti, geh mal in den Sinkflug. So leicht. Und dann wieder schnell hoch. Also runter und schnell wieder hoch, dass du ein bisschen Geschwindigkeit Christoph. Und nicht so gerade fliegen, weil sonst kommen wir nie weg vom Heli. Aber das ist wirklich wie eine langsame Sportmaschine hier. Matti, schneller. Flieg doch mal hoch, Matti. Und dann wieder runter. Sonst wird das nix. Weil der Heli hat eine... Eine beschwändige Geschwindigkeit. Dahin wird schon geschossen. Ja, fast Sascha. Ah, uh, das war fast uns. Ja, so genau. Rum, 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 rum. Das Sascha freie Festschussfeld hat. Ja, hier unten zum Strand müssten wir theoretisch hin, ne? Ja, da müssen wir hin. Da ist ein Punkt. Aber erst müssen wir die Cops loswerden. Sascha muss den Heli... Matti, nicht da reinfliegen. Du musst höher bleiben. Es muss nur noch... Matti, links, links, höher, links, Matti, links. Sascha braucht freies Feld zum Schießen. Wenn ein Heli rechts von dir ist, musst du links fliegen. Matti, höher und wieder hoch. Genau, hoch, hoch, hoch. Bleib du im Sinkflug. Hoch, Matti, hoch. Hoch. Ja, jetzt ist der Heli wieder auf unserer Höhe. Wenn er runter geht, musst du hoch gehen. Weil der hat nicht mehr viel. Der qualmt ja schon. Sascha, ich muss ihn jetzt nur noch kriegen. Und unsere Maschine wird auch schon qualmen. Matti, hoch. Oh, nicht so... Oh, flieg mal höher, Matti. Flieg mal hoch. Matti, höher. Drück doch mal 5 und fahr doch und flieg doch mal hoch, Mann. Oh, ne. Oh, ich brauche da. Ich wollte gerade sagen, bleib geschmeidig. Ist in dem Spiel. Ja, du musst höher... Also, warte ich einfach eine Seite rein. Und wenn wir eine abkriegen haben, dann können wir leben. Aber der ist sofort tot. So, du musst tiefer, Sascha. Du musst erstmal tiefer und nicht loswitteln. Sascha muss tiefer und wir müssen höher. Du kannst auch auf Lenkrakete rumschalten, ne? Du musst erstmal dichter, Sascha. Wie kann ich rumschalten? Mit Mausrad. Müsstest du auf Lenkrak... Äh, ja, nur... Kann ich, warte, warte, jetzt kann ich. So, jetzt Lenkrakete, Lenkrakete. Gib ihn. Wir sind gerade weit genug weg. Ja, du musst schon in die Richtung schießen. Alter, wo bist du denn da hinten? Ja, Matti, das ist gut. So sieht's gut aus. Das hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht. Ja. Sascha muss erstmal dichter zu uns. Wir fliegen einfach entgegen. Wir fliegen einfach entgegen. Unter Sascha weg. Und Sascha schießt dann. Lass uns das so machen, weißt du? Äh, Matti, du musst höher. Da oben ist der gelbe Punkt. Der gelbe Punkt ist oben. Ja, Matti, so ist gut. Da kommt der Heli nicht hin. Das ist gut. Bleib jetzt hier schön hier oben. Oh, da kommt der zweite Heli. Wir kriegen Verstärkung. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Matti, flieg einfach gerade. Flieg mal weiter raus. Sonst zur Not. Alter, drei Heli. Das sind schon drei. Ja. Matti, flieg mal Richtung LS da zum Flughafen. Wir landen im Flughafen. Und dann holen wir die Helis runter. Wir müssen die Helis erstmal runterholen. Das Problem ist... Da kommt der vierte. Matti, weiter nach links bitte. Nach links musst du fliegen zum Flughafen. Und dann müssen wir die Helis mit den Raketendinger runterholen. Matti, du steigst dann auch aus. Und dann nimmst du deine Raketenwerfer. Oh, jetzt fliegen die Sterne schon? Nee, ne? Matti, jetzt raus. Jetzt raus. Jetzt rausfliegen. Aufs Meer. Aufs Meer. Aufs Meer. Aufs Meer. Wenn die Sterne blinken. Bevor der nächste Heli kommt und uns wieder scannt. Dann brauchen wir nicht landen. Sobald du in Heli... Blinkt Matti auf die Sterne? Ich hab keine Sterne mehr. Das ist gut. Das hat schon keine mehr. Gut. Ab aufs Meer. Ab aufs Meer. Matti, aufs Meer. Nicht ins Land. Weil dann kommt der Heli. Da kommt Heli. Links, 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 links. Ja. Oh. Genau. Jetzt geradeaus. Aufs Meer raus. Klar, ich hab da Herzinfarkt. Du weißt gar nicht, wie lange wir wieder... Das sieht gut aus. Jetzt blicken sie langsamer. Hier ist ein gelber Punkt mitten auf dem Meer. Soll man da landen oder was? Ne, da müssen wir rüberfliegen. Links, 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 links. Genau. Da kommt nämlich der nächste Heli von hinten. Genau. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, wieder links, 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 links. Da kommt der nächste Helikopter. Der hat uns aber auch noch nicht. Ne, auch nicht. Maga, wie lange dauert das denn? Nochmal links. Nochmal links. Oh, gerade, 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 Mati, gerade und nicht weiter links. Weiter rechts, weiter rechts dann. Von vorne kommt einer, glaube ich, ne? Von vorne kommt er. Ne, das ist Sascha. Sterne, Sterne sind weg. Ja, wir haben's. Ab zum gelben Punkt. Alter Schwede. Kann doch jeder den Fallschirm ziehen. Vergesst das nicht. Flieg, äh, zur Absprung Chance. Ja, genau. Ihr habt automatisch jetzt alle einen Fallschirm. Den Fallschirm ziehen mit dem, äh, wie er schießen tut. Sascha, schaffst du es mit dem Teil zu landen, hoffe ich. Ja, klar. Nur, du musst mit deinem Heli da gleich nämlich am Stand landen und es mitnehmen. Ja, schön, ja, Mati, irgendwo ist der Punkt hier. Er springt, glaube ich, raus, soweit ich weiß. Ne, alle. Meinst du, alle? Also, ich war der Meinung, äh, dener und den sind auch rausgesprungen. Das werdet ihr euch ja dann sagen. Jetzt musst du nochmal Escape drücken und dann auf Menü. Noch höher, noch höher, siehst du. Da. Was wir machen müssen. So. Ah ja. Ab geht's, raus geht's. Wirfli springen raus. So, alle gleich zünden den Fallschirm. Gleich zünden, soweit ihr raus seid. Problem ist, wie mach ich das denn? Ja, Mausklick, so wie du schießen würdest. Dann müsstet ihr alle, ja, Fallschirm klicken. Ja, oh, war das knapp. So, und mit, und mit S zurücklehnen, dann werdet ihr langsamer. Mit S zurücklehnen, dann werdet ihr langsamer. Wir müssen zur gelben Markierung. Mit W werdet ihr schneller nach unten kommen, mit S ein bisschen langsamer. Und nicht übereinander fliegen, sonst haut es uns das um. Sammelt euch am Strand. Sascha, du musst vernünftig mit dem Heli runterkommen, ne? S drücken, wenn ihr zu schnell unten seid, ne? Ihr müsst langsam, weil GTA nimmt das hier extrem genau. So. Bloß ich in den Scheiß-Heddy rein. Ne, richtig. Sascha muss aufpassen, dass er uns nicht mitnimmt. Ja. Hier ist schwer zu landen, weil, Mann. Ne, hier unten am Strand, wo wir sind, da kannst du eigentlich landen. Einfach nur langsam S drücken. Oh, gut, das, oh, da kommt Sascha. Du musst sowieso hier in der Bucht landen am besten. So, ich lande jetzt hier auf dem Berg. Dem Berg entgegen. Oh, Sascha, das war... So, ich bin gelandet, ich bin unten. Fliegt uns in den Berg hinein. So, wo ich hier auf der Spitze stehe. Oh, wer ist denn da so hart gelandet? Ich. Oh. Bist du nicht langsam gelandet mit S? Tauch auf! Tauch auf! Wieso? Ja, mit Leertasse... Oh. Tauch auf! Alter! Ich hasse das bei GTA. Ja? Sascha, steig mal aus aus dem Rotor, nicht, dass du noch einen erwischst. Ich kann nicht aufsteigen. Doch, mit F oder nicht? Nein. Geht nicht. Okay. Achso, weil du im Heli sitzt. Da muss er uns ja aufnehmen. Stimmt ja. So, F einsteigen. So, Matti kommt auch gleich noch da. Vorsichtig, Matti. Nicht, dass du da runterknallst. Nee, bei Sascha möchte ich nicht offen sitzen. Da setze ich mich lieber in die geschlossene Kabine. Ach, kann ich gar nicht. Schade. So, Matti. Beifahrer. Und los geht's. Ja, wo muss Sascha jetzt noch hinfliegen? Keine Ahnung. Kehre zurück in die Stadt. Okay. Richtung Stadt fliegen, Sascha. Ja, ich muss jetzt mal Höhe gewinnen hier. Und bitte heil landen, weil dein Motor ist auch nicht mehr der beste. Boah, Herzattacke. Nick, haben wir noch ein paar Herz-Tabletten dabei? Jo, ich glaube, Matti braucht eher ein neues Hörgerät. Ich habe einfach die Ohren zugemacht. Sollt ja blind fliegen. Links, links, links. Das ist rechnecklich. Das ist rechnlich. Sauber. Kann der Sascha gut fliegen. Hat er es ja endlich hingekriegt. wir haben es bestanden 20 prozent anteil habe ich 100.000 plus herausforderung bonus erstes mal 200 ja alter dann habt ihr jetzt eine million war nicht ganz glaube ich so rp 6.000 alter fast 191 auf 11 von 8 auf 11 ja das war unsere chaos gruppe der bank überfall hat geklappt der gefängnisausbruch wir sind raus bis dann